Also hier ist der Nero ganz neu angekommen. Er ist ein circa zweijähriger Pointer-Mix und wir haben hier gerade die Gelegenheit mit den Katzen einen Test zu machen, aber er schaut sie wirklich überhaupt nicht an. Er ist sehr, sehr freundlich, ganz ein netter, hübscher. Ja, 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 also er sieht gerade die Katzen nicht, obwohl sie vor der Nase sind. Hübsches Baby, ja, hübsches Baby. Bisschen unsicher ist er, gell? Hat eine lange Fahrt hinter sich, gell, Schätzle? Okay, wir müssen uns hier mal ein bisschen eingewöhnen. Ja, sehr schön. War bene così. Okay? Perfekt.